Was ist für euch die Faszination von Hansa? Schmeckt gut, warm knallt es gut, mehr braucht man doch. Also ihr trinkt echt nur warmes Hansa-Pilz? Also ich, die anderen trinken es lieber kalt, aber das muss man nicht verstehen. Aber nur einfach, weil es besser knallt? Ja, Chemies im Kopf ist das Wichtigste, deswegen warmes Hansa. Herr Thomas, dann jetzt Hansa statt Fiege. Nee, Fiege ist Bochum oder was, das bleibt ja was. Aber Hansa ist das Bier von der Straße. Ja, ich komme nicht von der Straße, aber es ist sehr witzig.